Musik 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 Was der hier wohl macht Na, na, greift mich an Genau, gleich nochmal Ah, verdammt Das war also der Eli Na gut Pissed Jep O, money, money, monies Somebody here Chopper Musik was war hier mit etwas interessantes war ihr naja was solls, jetzt schauen wir mal was wir machen können irgendwas ist hier mit dem heli äh äh oh der fuhr der kerl ist so schön irre jawohl mehr monies so jetzt ist aber gut und jetzt holen wir uns den Arsch oh ooo 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 oh jawohl das könnten wir tatsächlich den ganzen tag überwachen Get Shark 2 Air 4 NOW! Shark 1 is compromised! Shark 2, blow it out of the sky! Yes, sir! We got a bad feeling about this! Keep it steady, Dinkus! Geez, I can fly better than that! Hey, gives me an idea! No, wait! Hell yes! Hey, we're flying! We're flying! We cannot fly! Well, it is good to have dreams! Dreams? Yes! Delusions? Oh my god! Yeah! You know what else is good to have? Skills! This might be a good time to buy some upgrades! So buy upgrades! Okay, go for upgrades! Okay, we're somewhere the finest! Aha, aha, aha! Gucken wir erstmal bei seinen Verbesserungen nach! Uh, uh, uh! Momentumhäufigkeit! Ja, das könnte man ziemlich gut gebrauchen! Ist aber auch ziemlich teuer! Ich schaue lieber zuerst, ob es da nicht was billigeres gibt! Was genauso gut ist! Uh, das ist gut! Allerdings benutze ich diese selten! Neue Waffe wäre sehr teuer, aber auch das könnte ich mir leisten! Hm! Kompliziert! Sehr, sehr schwierig! Kaufen wir uns Verbesserungen für die Waffen, die wir schon haben! Aha! Was ist das hier? Oh, 15% Schaden! Oh! Cool! Was haben wir hier? Da Moneys! Okay! Einmal schauen wir noch hier rein! Was ist das überhaupt? So viel Geld habe ich sogar noch! Das hier oder das hier! Was ist das? Lande bei jedem zwanzigsten Treffer einen kritischen Treffer! Hm! Näh! Dann doch lieber das hier! Jawoll! So, jetzt sind wir wieder pleite! Haha! Oh mein Gott! Das wird Fun! Ja! Also dann! Auf geht's! Ich sagte, auf geht's! Ich weiß, wie man Granaten wirft! Go, go, go! What the hell is that? The Penthouse! I knew we'd make it! Now, where is the man of the hour? Senor Cancel Blanco! Where you can't get me, freak! My panic room is... Is the dead body proof? I'll deal with you later, dead man! Ja, verflucht doch mal! Ow! Oh yeah! Ah, das schaffen wir locker. Wir sind Deadpool. So, was jetzt? Oh, lauf. Lauf, lauf, lauf. Ich sagte, lauf, verdammt. So. Jetzt ist die Frage. Oh, verdammt, der ist gut. Ja, 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 ja. Schon klar. Genau so macht man das. Oh. Ich darf die aufsammeln. Oh, fantastisch. Ist das schön. Na, komm. Oh, das ist noch so einer. Ich glaube, in der Waffe ist nix mehr drin. Okay. Ja, verstehe. Wir müssen abhauen. Gar nicht mal so sehr. Nur so ein bisschen. So. Aber wie darf ich jetzt auch einserwünschen, oder? Komm schon. Oh. Na gut, dann nichts. No mehr als 20 oz. What? Oh, ich liebe das Systemmetric. Wie viel in Amerikan? Let's see. Carry the seven... Dude, fuck math. Just use all of it. Oh, yeah! That was awesome! Okay. 20 oz. That was pretty sweet, though. How's that for impenetrable, asshole? Careful, we still need him alive. Exactly how alive are we talking? Genau. Yeah, es gibt bonuspunkte. Sure you game! You're insane! Not as insane as you think. Fun! Ah, brillant. Brillant, eine Hüpfburg da unten aufzustellen. Yay! Alles normal! Alles normal! Now that's what I'm talking about! Peter, my man! You see all that? Ha ha! Buttload of awesomeness. Deadpool, you idiot! Do you know how much money all those explosions and tacky graphics just cost me? You can't just change whatever you want, whatever you want! Yeah, that's great, Peter. Talk to my dick. Hey! Where are you a-holes going with my contract? Way to go. He got away. Give me some credit. Oh, I see. We let him get away, didn't we? Duh, fun is in the chase. Now you're talking. Let's get him. Okay. Oh! Das hat weh. Dass so ein Dampf Deadpool auch so sehr schädigt. Naja, gut. Mal sehen, was weh haben. Was ist denn das? Oh, I love old 8-bit-Games! Yeah, we do too. This game is an old. Or a bit moron. Was zum Teufel ist hier los. Hey, look at the boner over here. You said boner! Two extra slices for just 9.99. Now! Use momentum now! Sorry, keine Lust momentum zu benutzen. Oh. Was ist das? Huh. What the fuck? Dieses Spiel ist so bekloppt. 9,8 auf der Beklopptheitsskala. Nein, eigentlich 9,9. Was zum Teufel. Hey, ich hab den letzten Tako eingesammelt. Cool. Was zum Teufel geht hier ab? Boop, boop, boop. Hello? Peter! Hey, I was just running around my game, and all of a sudden I noticed that, uh, some shit was fucked up. What's up with that? I warned you about the budget, Deadpool. You literally blew all the money. Budget? What the hell, man? Yes, you do realize that all games have budgets. Peter. Sweetheart. Bubula. Let me remind you, that my website got 15 million hits the weekend we announced. One million one? One million two? Cough it up. Verfluchte Biester. Verfisst euch. Jetzt mal ernsthaft. So, sind wir jetzt alle zerschlagen? Okay. Was ich ja total cool finde, wenn man den jetzt mitnehmen könnte, diesen Block, aber... Nee, geht leider nicht. Nice. Na wunderbar. Ah, die habe ich erwischt. Naja, was soll's. It took his hand clean off. My friend. So, was gibt's? Hier gibt's jetzt hier nur einen Schießbudenstand. Uh, der ist gut. Ich weiß nicht, wie sich der so lange hält gegen mich. Aber wurscht. So, jetzt ist es vorbei. Noch mehr Tacos für mich. Bisschen Money, bisschen Money. Hm. Ah, hier ist eine Treppe. Sehr gut. Das habe ich gesucht. Oh, was ist das denn für ein Penner? Was? Oh. ok was jetzt was gibt es jetzt für mich zu tun aber ich liebe kloakenlevels hier sind wir so schön intens das stimmt okay hier geht es also schon mal nicht lang ach so also auch eine möglichkeit immer den grünen lampen nach das muss man schon langsam merken ja ach nee natürlich bin ich über euch die shotguns werden immer besser schön langsam wird es lustig ja wir sind mitten in einer verfolgungsjagd sonst würde ich mir jetzt was kaufen versteckt sich unter dem rohr zwei meter wo ich vorhin stehe mhm zerhäckselt was haben wir hier noch so einen kleinen raum süß oh hey hey harklight looking good babe you been working out your pecs i mean your breasts your pecs your chesties look unbelievable catch my trip i can help you get off that villain d-list if you kill this pansy okay she man will talk about you deal wo sind die nächsten kommt schon die nächsten ja verdammt mehr gegner mehr gegner mehr gegner na endlich kommt sie runter oh na сид ja es na komm schon so und was jetzt jetzt kommt sie ich kann ihn nicht Woa. Think you're clever? Think you're cool? You ain't the only one with power, little geek. Woho, now that's impressive. Also, you true power. What is the dumbest food there? Power! Ha! You don't have a chance, dead fool. No! How does this tube have an end? Catch! Hey, is this smell money to you? Come on, baby, we can still work this out. Seems to disgust me! Not again! So, wo bin ich jetzt? Boop! Ha! Dieser Spinner! Ha! 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 Oh, okay, beim nächsten Mal bin ich nichts, als ob es ist. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.